Lerch und Partner, Ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit dem Imo-Tipp. Wir sind heute in Staliken, wo gerade der letzte Block fertiggestellt wurde. Und bei mir ist Frau Peter von CSL Immobilien. Frau Peter, was können Sie mir zu diesem Projekt sagen? Staliken ist eines meiner Lieblingsprojekte. Und zwar auf der einen Seite ist Staliken ein ganz herzliches Dörfchen, gerade hinter dem Uetliberg. Auf der anderen Seite finde ich die Wohnungen wunderschön. Sie sind mit warmen Farben ausgestattet und doch sehr, sehr modern. Und was gibt es bei diesem Projekt noch zu haben? Es gibt noch vier Halbzimmerwohnungen, die man kaufen kann. Davon eine im Erdgeschoss und die anderen vier im Obergeschoss. Und wie sieht es uns mit dem Innenausbau? Die Kunden erwarten einen sehr hochwertigen Innenausbau. Das heisst sehr schöne Bodenbeläge, einerseits Platten und auch ein schöner Parkett in den Schlafzimmer. Grosszügige Küche mit Granitabdeckung natürlich. Einen schönen Balkon, grosszügige Terrassen. Dann zwei Badezimmer, eins davon mit Dusche und anderen mit einer schönen Badwanne. Zusätzlich ist es im Minergie-Standard gebaut. Das heisst man hat eine kontrollierte Lüftung, sehr viel Komfort auch mit einer Entkalkungsanlage und grosszügige Keller. Wir sind hier in Staliken. Was können Sie uns zu dieser Umgebung sagen? Es hat sehr, sehr viele für Kinder. Also es hat Kindergärten, Schule, alles in der nähen Umgebung. Dann für den täglichen Gebrauch hat es eine Bäckerei und ein Go. Zusätzlich ist man mit den ÖV sehr schnell in der Stadt Zürich. Und der Autobahnzubringer ist auch sehr nahe. Also von daher, man ist ländlich hier zu Hause, aber sehr schnell in der Stadt Zürich. Und für wen sind die Wohnungen besonders geeignet? Geeignet sind die Wohnungen natürlich für die Familie, sowohl aber auch für die Pärchen. Grundsätzlich Wohneigentum zu haben oder zu besitzen ist etwas Wunderschönes. Die Erfahrung mache ich gerade selber und das ist schon ein sehr spezielles Wohngefühl, das man hat, wenn einem die Wohnungen gehört und man sich hier häuslich einrichten kann. Die Wohnung sieht schon ziemlich fertig aus. Könnte man hier sofort einziehen? Ja, man kann hier sofort einziehen natürlich. Man darf sich mit mir in Verbindung setzen, die Wohnung besichtigen und wenn sie gefällt, dann würde man sehr rasch selbstverständlich die Schlüssel übergeben. Wie sieht es aus, wenn man sich jetzt genauer interessiert, wo kann man da mehr Infos noch haben? Wir haben am 21. April, das ist am Freitagabend, ein Apero, ein Afterwork-Apero, wo wir ab halb sechs sind, dürfen wir vorbeikommen, schauen, die Wohnungen besichtigen, gemütliche Aperon nehmen und sich für sein eigenes Heim entscheiden. Im idyllischen und ländlichen Dorf Staliken stehen fünf, viereinhalb Zimmerwohnungen zum Verkauf parat. Dank der Nähe zu Zürich vereinen sich in Staliken optimal die Vorzüge von Land und Stadt. Alle Wohnungen sind mit grossen Fensterflächen ausgestattet und werden somit viel Licht und Wärme durchflutet. Auch die offene Küche mit moderner Einrichtung und die hochwertigen Badzimmer zeugen von Klasse. Zudem lässt es sich auf der grosszügigen Terrassen mit Blick ins Grüne wunderbar entspannen. Direkt am sonnigen Südwesthang vom Uertliberg könnte auch schon bald Ihr neues Zuhause sein. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lehrkpartner.ch-angebote. Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung.